Der Wirtschaftsbeirat Bayern trifft sich heute hier in Franken, in Fürth und beschäftigt sich mit der Standortagenda für den Freistaat Bayern. Standortpolitik für den Freistaat Bayern ist ein ganz wichtiges Thema. Der Freistaat macht Innovationspolitik aus Tradition und das über viele Jahrzehnte hinweg bereits und ich bin der festen Überzeugung, dass sich das für die Bevölkerung in Franken, in ganz Bayern enorm auszahlt, das hat eine hohe Rendite und wenn der Weg so weiter beschuldet wird, dann hat Bayern eine große ökonomische Zukunft in der Welt.